Also ehrlich, ich bin wirklich fassungslos. Das Studio hat mich zu einem Weihnachtsvideo verpflichtet und wird es erst jetzt veröffentlichen. Also, und ich soll auch noch ansagen, dass die einen Filmausschnitt zeigen. Also hier der Ausschnitt. Ich wünsche mir eine frohe Weihnacht. Ich wünsche mir eine frohe Weihnacht. Ich wünsche mir eine frohe Weihnacht. Und ein gutes neues Jahr. Das ist eine totale Frechheit. Bitte lassen Sie das. Bitte keinen Ausschnitt mehr zeigen. Ich bin so allein. Ich halte das nicht auf. Das ist so ein trauriges Weihnachtsfest. So, das reicht. Ich suche mir ein anderes Filmprojekt.